Letzte Woche Freitag, also genau vor einer Woche, da ist eine traurige Nachricht durch die sozialen Netzwerke gegangen. Der britische Autor Mark Fischer hat sich das Leben genommen. Mark Fischer, das war ein Kulturhistoriker, einer, der sich mit gesellschaftskritischem Anspruch, vor allem mit Popmusik und Popkultur auseinandergesetzt hat. Mark Fischer ist bekannt geworden durch einen Blog, den er betrieben hat, der Blog mit dem Titel K-Punk, und er hat mehrere Bücher geschrieben, die in gewisser Weise prägend gewesen sind. So hat Mark Fischer etwa den Begriff des kapitalistischen Realismus mitgeprägt, der in poptheoretischen und ästhetischen Diskursen doch recht wichtig geworden ist. Die Texte von Mark Fischer, die ich kenne, haben auf mich immer sehr erfrischend gewirkt. Da geht jemand der subjektiven Vorliebe für einen Song oder für einen Film nach und er endet bei einer Beschreibung, die Phänomene der Gegenwart ziemlich treffend auf den Punkt bringt. Aus den Texten von Mark Fischer kann man viel rausholen und das ist der Grund, warum ich hier bei Radio Korax diesen Mark Fischer anlässlich seines Todes gern zum Gesprächsthema machen möchte. Und dafür habe ich mir Philipp Böhm ins Morgenmagazin eingeladen. Das heißt, ich bin telefonisch mit ihm verbunden. Philipp Böhm ist freier Autor, literarisch und ästhetisch und politisch umtriebig und er hat im Neuen Deutschland einen Nachruf auf Mark Fischer geschrieben. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen. Ja, ich habe jetzt schon so ein paar Stichworte zu Mark Fischer gesagt. Mich würde interessieren, wie du eigentlich auf Mark Fischer gestoßen bist und als was für einen Denker du ihn kennengelernt hast. Also was macht in diesem Sinne Mark Fischer für dich vielleicht aus? Wie ich genau auf ihn gestoßen bin, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren, als ich in einem Online-Auftritt von einer britischen Zeitung ein Essay von ihm gelesen habe und ich fand das sehr, sehr interessant, was er geschrieben hat. Und dann bin ich auf die Bücher gestoßen und habe ich zuerst das, was du schon angesprochen hast, Capitalist Realism gelesen. Und was mich daran so beeindruckt hat, das waren verschiedene Dinge. Und das eine war zunächst mal, dass er es fertiggebracht hat, über Aspekte der Alltagskultur zu schreiben, die einerseits man selbst miterlebt und mit denen man selbst konfrontiert ist und andererseits über diese Aspekte so zu schreiben, dass er das Problem bei der Sache sehr gut auf den Punkt bringen konnte. Und darüber hinaus hatte er allerdings auch noch zwei Dinge, würde ich sagen, in seinem Denken, die ihn dann von anderen, die eben so über Popkultur und solche Dinge geschrieben haben, dann doch nochmal abgehoben hat. Und das war einerseits, dass er einen sehr genauen Blick für Klassenverhältnisse in dem Zusammenhang hatte und andererseits sich auch sehr genau angeschaut hat, wie wird eigentlich Popkultur heute oder wie wird Kunst, wie wird Musik heute anders unter anderem Vorzeichen produziert als vor 20, 30 Jahren? Und wie kann man darin dann auch die Unterschiede zwischen Musik heute und Musik vor 30, 40 Jahren festmachen? Das ist ja ein ganz interessanter Aspekt, den du ansprichst, nämlich dass sozusagen eine Betrachtung von Klassenverhältnissen oder sozusagen verschiedenen Produktionsregimen im Kapitalismus, dass so eine Betrachtung eben einhergeht mit einer Auseinandersetzung mit Popkultur und Popmusik. Und das ist ja auch was, was du in deinem Nachruf auf Marc Fischer im Neuen Deutschland mit angesprochen hast, wo du geschrieben hast, dass die Niederschlagung des Bergarbeiterstreiks von 1984-85 ganz prägend gewesen ist für Marc Fischer. Und das ist ja ein Ereignis der Gewerkschaftsbewegung und der Klassenkämpfe. Und da liegt, wenn man sich das jetzt erstmal ganz unvoreingenommen anschaut, ja eine Verbindung zur Popmusik erstmal nicht unbedingt auf der Hand. Inwiefern war dieser Bergarbeiterstreik in England eher so prägend für Marc Fischer? Wie hat er auch diese Verbindung vielleicht dann geschlagen? Der Bergarbeiterstreik ist in der Hinsicht, bildet der eine Zäsur insofern, dass mit der Niederlage des Bergarbeiterstreiks, es ist nicht nur sozusagen diese eine gewerkschaftliche Niederlage, die da passiert, sondern damit verliert auch sozusagen eine bestimmte Vorstellung vom Sozialstaat, eine bestimmte Vorstellung vom gesellschaftlichen Zusammenleben, verliert da eine ganz wichtige Schlacht. Und Margaret Thatcher, die ja sozusagen auf der anderen Seite steht, und mit diversen Argumenten diesen Bergarbeiterstreik bekämpft hat, die ist dann eine, die in Großbritannien danach ganz stark staatliches und Soziales umkrempelt. Und ihre bekannteste Aussage, also tausendmal zitiert aus dieser Zeit, There is no alternative, die einfach meinte, all das, wofür die Miners in diesem Streik kämpfen, das ist eben unrealistisch, das ist sozusagen, das ist die Vergangenheit und es gibt keine Alternative zu dieser Zukunft, für die sie steht. Und diese Aussage, there is no alternative, die prägt dann eben nach Mark Fischer ganz stark die Jahre danach. Also er hat in einem Interview mal gesagt, er hat diese Zeit sehr prägend wahrgenommen, und er hat aber gesagt, er hätte sich nie vorstellen können, dass das wirklich so schreckliche Folgen auch für die Gesellschaft hat, weil was danach eben passiert ist, die Durchsetzung des Neoliberalismus in Großbritannien und eben verbunden mit einer ganz starken Depolitisierung weiter Teile der Bevölkerung und eben der Aufgabe von Solidarität als einem gesellschaftlichen Konzept, dass das eben die Gesellschaft unglaublich tief prägt und eben auch vor der Popkultur keinen Halt macht. Und da ist es interessant, dass andere vielleicht hier so eine abstrakte Analogie gezogen hätten und sagen, gut, nach der Durchsetzung des Neoliberalismus, nach dieser politischen Niederlage gibt es eben eine gesellschaftliche, politische Perspektivlosigkeit und das betrifft dann auch die Popkultur. Also es gibt dann auch in der Musik gibt es dann nichts Utopisches mehr oder andere Dinge. Aber er schaut sich dann auch genau an, was macht eigentlich dieser Siegeszug des Neoliberalismus mit den Produktionsbedingungen der Künstler? Und da sagt er, gut, der englische Staat hat nie Musik unterstützt, aber gewisserweise hat er es doch gemacht, in dem es eben sowas gab wie Sozialhilfe, in dem es sowas gab wie Wohngeld und sozialen Wohnungsbau. Und dass das ganz sehr, sehr konkrete, alltägliche politische Dinge sind, die dann schrittweise zurückgefahren wurden und die was machen mit den Produktionsbedingungen, unter denen Musik entsteht. Und er sagt eben, Innovation in der Musik, das braucht einen Freiraum, also das braucht auch eine gewisse ökonomische Sicherheit, damit es auf einer breiteren Ebene funktionieren kann. Und in der Folge nimmt er eben wahr, und ich finde, das ist eine sehr treffende Beobachtung, dass schrittweise nach dieser Niederlage der Arbeiterbewegung und dem Siegeszug des Neoliberalismus, dass dann eben die Innovation in der Popmusik, dass die langsam abstirbt. Und das macht er fest an so Retro-Phänomenen, also Pastiche-Rock, dass er sagt, gut, man kann ein Musikstück aus den 50ern, kann man sehr deutlich von einem aus den 60ern unterscheiden. Und das geht so weiter, nur Dinge aus den 90ern klingen dann auf einmal wieder wie Dinge aus den 70ern. Oder für die 90er trifft es noch nicht so stark zu, aber ganz stark dann auf jeden Fall für die Nullerjahre, wo eben sich Sachen anfangen, auf einmal zu wiederholen. Du hattest jetzt schon angesprochen, das Thatcher-Regime, was ja ganz eng verbunden ist, sozusagen überhaupt mit der Durchsetzung des Neoliberalismus und das zentrale Schlagwort von Thatcher, was ja auch stand für dieses Regime, das sie verkörpert hat, war dieser Spruch, there is no alternative. Und das ist ja was, was Mark Fischer ganz direkt auch mit aufgegriffen hat, als Stichwort in seiner Realitätsbeschreibung, eben das Buch, das wir beide schon angesprochen hatten, heißt ja kapitalistischer Realismus ohne Alternative. Das ist dieses Essay von Mark Fischer, eher so eine Art Flugschrift und ich habe im letzten Jahr ein Interview geführt, in dem dieser Begriff des kapitalistischen Realismus mehr oder weniger zufällig auch aufgetaucht ist. Ich habe da auf einer Tagung mit Tina Thornheim gesprochen, die forscht eher im Bereich der Theaterwissenschaft, wo ja aber auch der Begriff des Realismus ziemlich bedeutend ist. Und ich habe da Tina Thornheim einfach mal gefragt, was es mit diesem Begriff des kapitalistischen Realismus auf sich hat und sie hat da zunächst geantwortet mit einem Zitat aus dem Stück Mutter von Berthold Brecht und will sie hier sozusagen zu Wort kommen lassen, um sich diesen Begriff des kapitalistischen Realismus mal anzunähern. Also da gibt es ja eine ganz berühmte Schlussstelle, in der dann gesagt wird, dass quasi aus niemals heute noch werden können und wer besiegt ist, wird vielleicht mal Sieger sein und soll weiterkämpfen. Und das ist vielleicht wichtig, dass dieses Stück quasi 1905 geschrieben wurde, also in einer vorrevolutionären Zeit, in der es sehr repressiv zuging. Und da gibt es eine gewisse Parallelität zu der heutigen Zeit, in der es vielleicht weniger offen und repressiv zugeht, aber in der doch sehr vieles nicht mehr möglich erscheint. Also das Stichwort post-utopisches Zeitalter, Ende der Geschichte und so weiter. Also es gibt keine klare Systemalternative mehr und in diesem Kontext ist sogar das Denken und die Vorstellbarkeit von der Systemalternative für sehr viele Menschen nicht mehr möglich. Und genau das analysiert Mark Fischer. Er verwendet den Begriff des kapitalistischen Realismus. Das ist ein Begriff, der ursprünglich aus der bildenden Kunst kommt, dann später aber auch von der Werbeliteratur übernommen wurde, was auch recht spannend ist. Und Fischer nimmt diesen Text, also den Begriff wieder für sich zurück und sagt, dass es sich dabei eigentlich um so eine Art alles umfassende Atmosphäre handelt, die wie aus einem Guss wirkt und in der eben quasi das Denken von gesellschaftlichen Alternativen eben überhaupt nicht mehr vorstellbar ist. Und er verbindet das natürlich sehr stark aus dem britischen Kontext kommt mit Thatcher's There is an Alternative Diktum und sagt dann eben auch, dass es auf eine gewisse Art und Weise auch eine Zuspitzung davon noch ist, weil eben man gar nicht mehr betonen muss, dass es keine Alternative gibt, weil diese Alternativlosigkeit bereits so ins Denken der Menschen eingeprägt ist. Und das natürlich vor allem auch gerade bei jungen Menschen, die auch gar nichts anderes mehr kennengelernt haben und die quasi unter diesen Bedingungen aufgewachsen sind und die Welt einfach nur so wahrgenommen haben, komplett ohne Alternative oder ohne Gegenmodell. Also eine Welt, in der sich die Systemfrage gar nicht mehr stellt. Und mir ging es natürlich darum, quasi nicht nur zu sagen, es gibt da eine Parallelität in diesen Texten und in dieser Situation von damals, sondern natürlich auch, dass eben mit der Mutter dazu aufgerufen werden muss, da einen Ausweg zu finden. Und bei Fischer wird vor allem gesagt, dass das größte Problem eben diese mangelnde Vorstellungskraft ist. Und das ist der Punkt, wo für mich Brecht interessant wird, weil ich das Gefühl habe, dass gerade man hier Brecht eindenken kann. Und dass Brecht gerade eben mit diesem Realismus so eine Möglichkeit, in dem eben andere Dinge überhaupt erst wieder vorstellbar und denkbar werden können, gegen diesen Fatalismus vorgegangen werden kann, der ganz stark vorhanden ist im Moment und der eben auch viele kritische Intellektuelle, aber auch Aktivistinnen mittlerweile fast schon überrollt. Also das ist in gewisser Art und Weise ein Versuch des Begegenhaltens und des Anregens von emanzipatorischer Vorstellungskraft. Tina Thornheim sagt das hier über den Begriff des kapitalistischen Realismus. Dieses Interview habe ich geführt, direkt sozusagen an der Humboldt-Universität, also mitten in Berlin-Mitte. Und da fährt eben diese U-Bahn immer vorbei, auf dieser einen Höhe da. Und deswegen ist das hier vielleicht teilweise so ein bisschen im Rauschen untergegangen, was Tina Thornheim da gesagt hat. Also sie hat ja Berthold Brecht und Mark Fischer so ein bisschen gegenübergestellt, wo sie sagt eben, ja, Mark Fischer als Denker einer verlorengegangenen Zukunft, als Denker einer ausweglosen Gegenwart und Brecht als ein Realist, der gerade durch die Betrachtung der Gegenwart, aber über die Gegenwart hinaus weiß. Das klingt jetzt so ein bisschen in dieser Darstellung so, als ob Mark Fischer ein Denker gewesen ist, also eher ein resignatives Denken vielleicht, also das selber gar keine Alternative denken kann. Da würde mich interessieren, Philipp, wie das für dich ist, wie du da Mark Fischer wahrnimmst, als derjenige, der den Begriff des kapitalistischen Realismus geprägt hat. Also gibt es da eine Alternative bei ihm? Inwiefern scheint da trotzdem was auf vielleicht, was auch über die Gegenwart hinausweist? Ja, da hast du vielleicht erstmal zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist ja diese Zukunftslosigkeit, die er konstatiert. Einerseits eben im Politischen, also sozusagen es gibt diesen nahezu todzitierten Ausspruch, die Menschen können sich das Ende der Welt eher vorstellen als das Ende des Kapitalismus, was dann eben in dieser absoluten Gegenwart und Wiederholung der Gegenwart mündet. Also politisch dahingehend sozusagen, dass es keine Perspektive auf ein Projekt gäbe, was irgendwie jenseits des Kapitalismus entstehen könnte. und ästhetisch eben als Plastisch. Und diese Diagnose, die er eben ganz stark eben mit Neoliberalen, also mit der Neoliberalen Transformation von Arbeit und auch Privatleben, weil er schaut sich nicht nur die Produktionsbedingungen an, sondern eben auch, was macht das sozusagen mit dem Privatleben der Leute? Also diese Diagnose und damit auch dieser Zustand der Welt, diese Geschichte ist für ihn nicht fertig geschrieben. Er sagt allerdings auch, und das Zweite, was immer sozusagen die Popkultur mal an Potenzial hatte, also auf das Leben von Menschen einzuwirken. Also er redet da gar nicht mal sozusagen von politischem Potenzial oder einem Potenzial einer Erkenntnis in der Popkultur, sondern er sagt erstmal nur, was immer die hatte an Potenzial, wirklich den Menschen irgendwie was zu geben. Er sagt, bis auf Randbereiche ist das nahezu vollkommen verschwunden. Und er gibt da ein Beispiel, was ich sehr, sehr prägend finde oder was sich bei mir sehr stark eingeprägt hat. Er war ja auch lange Zeit Lehrer. Er hat ein Beispiel gegeben, dass er, ein Problem, was er mal hatte, dass er nicht wollte, dass Schüler in seinen Klassen irgendwie Musik hören. Na dann meinte, die müssen sich irgendwie darauf konzentrieren, dass sie ihre A-Levels schaffen. Und einen Schüler sozusagen hatte immer Kopfhörer im Ohr und er sagt, nimm die mal raus und der sagt dann, nee, ich hab die im Ohr, aber da läuft überhaupt gar keine Musik. Er braucht einfach das Gefühl, dass er sozusagen es hören könnte. Und ein andermal sozusagen hatte er sie irgendwie um den Hals hängen und sie lief so leise, dass er sie nicht hören konnte. Also es ging einfach nur um die reine Anwesenheit von Musik. Und dann sagt er, gut, das zeigt einfach, dass irgendwie so die Musik einfach was ist, was so im Hintergrund des Lebens dieser Leute passiert, aber es sagt ihnen überhaupt gar nichts mehr. Und das heißt einerseits erhofft er sich jetzt einfach nicht von der Musik sozusagen da einen neuen Antrieb. Er sagt, es gibt sozusagen Musik, die ihm noch interessant ist. Das ist eben diese gespenstische Musik, also die er in seinem zweiten Buch Ghost of my Life sehr stark macht. Also sowas wie eben, man könnte sagen, also so Musik, die er auf einer bestimmten Ebene um ihren Verlust weist, also um diese verlorenen Potenziale, verlorenen Versprechungen, die sie mal hatte. Und dann eben gespenstisch wäre. Also ein Beispiel, was er ganz oft herangezogen hat, ist eben der Produzent elektronischer Musik Burial, der eben diese gespenstische Atmosphäre erzeugt, die er auch ganz stark festmacht an sowas, wie das, das ist ja immer so knistert, dass es irgendwie sowas hat, wie es verweist auf irgendwie eine Vergangenheit in der Popmusik und zeigt dann gleichzeitig irgendwie, dass er das ausgedrückt, dass diese Atmosphäre von frühen Rave-Partys und solche Dinge, dass das alles verloren gegangen ist. Aber hat das sozusagen noch als, trägt das sozusagen als Erinnerung mit sich, aber eben als gebrochene Erinnerung. Und da sagt er, gut, das ist zumindest eine Möglichkeit, auf diese Gegenwart zu reflektieren. Aber die eigentliche Perspektive, die er hat, und da würde ich eben sagen, um jetzt im weiten Bogen auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ist kein resignativer Denker, weil eben diese Geschichte, wie ich gesagt habe, ist für ihn nicht fertig geschrieben. Er sagt, gut, wir sind gerade an einem Punkt, an dem es, also das Klassenbewusstsein oder überhaupt das Bewusstsein für das, was gesellschaftlich passiert, auf einem extrem niedrigen Niveau sich befindet. Und er sagt, gut, es gibt diese ideologischen Umschichtungen, es gibt eben diese ganzen Erzählungen, die implementiert werden, so von Eigenverantwortlichkeit der Arbeiter und solche Dinge, also all das, was eben Neoliberalismus auch eben auf der Subjektebene ausmacht, also dass Verantwortung dann und Gegensätze sich nicht mehr gesellschaftlich ausgetragen werden, sondern in der Psyche und da kommen wir dann auch zu seinem zweiten großen Thema, nämlich Mental Health, mentale Gesundheit, geistige Gesundheit und Depressionen. Und er sagt, gut, das alles hat was zu tun eben mit dieser gesellschaftlichen Transformation, aber das ist keine gegebene Sache. Da kann man politisch intervenieren und er sagt, es muss darum gehen und es interessanterweise sagt er das in einem Text, wo er eben über Depressionen spricht und er hat dann eben eine zweite Sache, die er sagt, es gibt eine kollektive Depression in diesem Zusammenhang, eben diese Vorstellung, dass es nicht mehr besser werden kann. Und er sagt, gut, da muss man ansetzen und da muss man aufklärerisch, sagen wir, oder kritisch, politisch intervenieren und wieder daran arbeiten, sowas wie ein Bewusstsein für ein Klassenverhältnis, für einen Antagonismus herzustellen. Er sagt aber auch, gut, wir können da nicht einfach auf vorgegebene Lösungen zurückgreifen und da wird er dann sehr vage und ich glaube, das sagt eben auch was aus, aber er sagt, gut, wir müssen eben einfach zurückgehen und uns auch diese Geschichte, dieser ganzen Dinge, dieser ganzen Versprechungen, die die Gegenwart mal hatte, uns anschauen und uns schauen, wohin ist das verschwunden und wie aber lässt sich das politisch wenden? Also er hatte da eine politische Perspektive, da hat er auch Antworten gefunden, die ich nicht immer richtig fand, aber er hat sich zumindest nicht in der reinen Resignation ausgeruht, sagen wir es so. Und ich finde auch gerade spannend ihm diesen Begriff des Gespenstischen, den du da jetzt auch schon angeführt hast, der ja vielleicht auch gerade dafür steht, dass es auch in der Zeitdiagnose von Mark Fischer, dass da nicht alles sozusagen nied und nagelfest ist und dass er da dann nicht dem Ende der Geschichte zustimmt, weil er ja gerade dieses Gespenstische, diese Gespenstersuche, auf die er sich da begibt, ja dafür spricht, dass es eine unabgeschlossene Vergangenheit gibt, die ja immer wiederkehrt, auch in der Popmusik und das ist ja auch ein, ja wie ich finde, sehr schönes Motiv von Mark Fischer, dass er ja eigentlich sagt, sozusagen diese ganz Popkultur und alles, was wir gerade an kulturellen Phänomenen vorfinden, das spricht ja eigentlich dafür, dass die ganze westliche Gesellschaft sich in einem Depressionszustand befindet, der ja im Grundermaßen in seiner Deutung, ja eine nicht eingestandene Trauer ist über die verlorengegangene Alternative, auch über die verlorengegangene Systemalternative und dann sucht er da ja genau sozusagen diese Trauer vielleicht dann auch auf in den Popstücken, die er dann spannend findet und das finde ich dann auch wiederum sozusagen das Schöne, wenn man Mark Fischer liest in dieser Beschreibung der Musik, die er da gibt, man stößt zum einen auf jeden Fall auf ganz spannende Musik, die ich ohne diese Texte von Mark Fischer nicht entdeckt hätte und dann sozusagen öffnet er da auch irgendwie die Augen auch, also diese Beschreibung führen dazu, dass man dann Musik auch auf einmal ganz anders hört und mit einem Bewusstsein vielleicht hört, also das nur so weit als Ergänzung von mir zu diesem Begriff des Gespenstischen, was ich da irgendwie ein sehr schönes Motiv finde, was übrigens ja auch verweist auf postmoderne Vordenker, Derrida, Marks Gespenster ist ja da sozusagen auch dieses eine Schlagwort, genau. Nun ist es ja so, dass Mark Fischer sich das Leben genommen hat, das heißt, er ist ja sozusagen selber der Depression erlegen, ich weiß nicht, inwiefern es da auch zu den Todesumständen noch Sachen zu sagen gibt. Naja, nur so viel vielleicht, das was ihn eben auch ausgezeichnet hat, ist, dass er auch immer sehr stark von einer individuellen Erfahrung her geschrieben hat. Was ich oft bei ihm interessanter finde, als, sag ich mal, sozusagen seinen theoretischen Überbau, also ich finde, seine konkreten Beobachtungen und da, wo er sich auch seinen eigenen Alltag anschaut, die sind sehr, sehr klar und da weiß er sehr genau, was passiert. Und dieses zweite große Thema, das ist natürlich schwierig, dieses zweite große Thema eben die Depression, ich habe gerade eben schon über das, was er als diese kollektive Depression bezeichnet hat, gesprochen. Und er hat eben auch dafür geschrieben, die individuelle Depression zu politisieren. Das kann natürlich in eine schwierige Richtung gehen, dass natürlich man da sozusagen dann versucht, als Gesellschaftstheoretiker der bessere Therapeut zu sein. Ich hatte ihn immer so gelesen, dass es ihm vor allem darum ging, auch in sowas, sowas Privatem wie der Depression eben, das gesellschaftliche dahingehend zu finden, dass man sagt, woran liegt es denn beispielsweise, und das ist ja eine statistische Tatsache, dass in einer Zeit, in der scheinbar Zwänge abgeschafft werden, dass die Zahl derjenigen, denen es eben durch diesen statistischen Indikator Depression, depressiv erkrankt, oder wie man es nennen mag, dass die Zahl derjenigen, denen es wirklich schlecht geht über diesen Indikator, dass die steigt. Und seine Antwort darauf ist eben, dass er sagt, wie wir gegenwärtig leben, also, dass wir Solidarität als Konzept aufgegeben haben, dass wir Antagonismen in die Menschen hinein verlagern, also, dass eine, sagen wir mal, eine Krise in einem Arbeitsverhältnis und damit eben auch eine private ökonomische Krise, dass das nicht mehr als Antagonismus sozusagen zwischen verschiedenen Kräften in diesem Verhältnis gesehen wird, also jetzt als Beispiel einfach zwischen Chef und Angestellten, sondern eben stattdessen als individuelle Krise wahrgenommen wird, also als immer als Versagen des Einzelnen, dass eben, wo das geschieht, sich individuell Stress und Schuld, also Schuldgefühle sich anhäufen, die dann die Leute vielleicht nicht unbedingt ursächlich in die Depression treiben, aber es zumindest ihre Lage nochmal wesentlich beschissener macht. Und es ist sicherlich auch das Traurige oder das nochmal Traurigere an seinem, also an Mark Fischers Tod ist, dass man sehr deutlich sieht, also dass er da sehr genau das auch an sich selbst erfahren hat, was es eben heißt, in dieser Gesellschaft zu leben und daran sehr, sehr stark zu leiden und ich will mich da nicht in Spekulationen versteigen, weil ich selbst diese Perspektive nicht annehmen kann, aber es wird natürlich auch für ihn die gegenwärtige Zeit als nochmal, als nochmal hoffnungsloser sich präsentiert haben.